Tja, ich stehe jetzt hier am Silenter See und möchte gern dir lieber Jens Feedback geben zu dem letzten Jahr, in dem ich an deinen Seminaren und an deinem Zielcoaching teilgenommen habe. Ich habe dich über das Zielcoaching kennengelernt und habe danach auch die Membership bei dir wahrgenommen. Einfach weil es mich reizte, mal zu sehen, wie du die Seminare machst. Viele der Inhalte kannte ich natürlich, weil ich selber ähnliche Themen trainiere. Trotzdem war es für mich eine wirkliche Bereicherung, mal als Teilnehmer an den Seminaren teilzunehmen und zu sehen, wie du das eben machst. Jeder einzelne Seminar davon hat mich wirklich inspiriert und was mich besonders beeindruckt hat, ist die Leidenschaft, mit der du deine Seminare durchführst. Du gibst wirklich sehr, sehr, sehr viel Input und gehst sehr detailliert und sehr im Einzelnen auf die Wünsche der einzelnen Teilnehmer ein. Von daher bin ich absolut sicher, dass also wirklich jeder der Teilnehmer sehr, sehr viel für sich dabei mitnimmt. Du hältst kein Wissen zurück und bist jederzeit also mit Rat und Tat zur Seite. Dafür vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich auf viele weitere Seminare, die wir vielleicht einmal zusammen machen können und ich hoffe, die mitmachen werden und wünsche dir alles, alles Gute auch für dieses Jahr.